Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Voice Over für euch und zwar geht es diesmal um das Elysium System. Senior Writer von CIG Will Weisbaum wird uns dieses System jetzt in der neuen Folge des Loremakers Guide of the Galaxy präsentieren und es ist ein historisch sehr sehr interessantes System und daher werden wir jetzt mal langsam die Reise von unserem Heimatplaneten Erde über das Suchfenster in das Elysium System antreten. Ja und Will Weisbaum hat zu Anfang schon gesagt, dass es eben wie gesagt ein sehr sehr interessantes System ist in Bezug auf die Geschichte, die sich dort entwickelt hat. Das System wurde am 15. November 2541 entdeckt und hat insgesamt fünf Planeten und vier Jump Points. Es war in dem Sinne eine sehr sehr besondere Entdeckung, weil es das erste System war, wo eine andere intelligente Rasse, die auch noch den Weltraumflug bereits entwickelt hatte, aufgetreten ist. Das bedeutet, wir haben hier das erste Mal die Tevarina und die Rasse, die sich selbst Tevarina nannte, lebte eben dort großteilig auf Elysium 4 oder auch Keyleth, wie er selbst betont, den Planeten. Ja, die Tevarina waren technologisch nicht ganz so weit entwickelt wie die Menschen, aber sie waren immerhin in der Lage auch, wie gesagt, interstellare Reisen anzutreten und hatten ein kleines Imperium selbst gegründet. Und ursprünglich hatte das damalige UNE, also die United Nations of Earth, wie es damals hieß, vor, die Tevarina mit aufzunehmen und von ihnen zu lernen. Aber das ist leider dann nicht so gekommen, wie es geplant war. Die Tevarina griffen die UNE an. Also es gab einen Krieg, den ersten Tevarina Krieg, der dann im sehr, sehr bekannten Kampf um Idris IV gipfelte. Also dort kulminierte dann ein vierjähriger Krieg und daraus hervor tat sich ein junger Colonel mit Namen Ivar Messer, der dann später bekannt wurde als der erste Imperator des neuen UII. Durch diesen Tevarina Krieg konnte er im Endeffekt seine Reputation erwerben, konnte sich auch so weit durch die Ränge vorarbeiten, dass er am Ende dastand als Imperator des neu gegründeten United Empire of Earth. Daher kann man also sagen, dass hier alles angefangen hat. Hier hat auch die Menschheitsentwicklung nochmal eine ganz neue Wendung bekommen, als eben eine außerirdische Rasse wirklich entdeckt wurde. Und von da aus ging es dann nämlich auch in den zweiten Teil des Konfliktes. Die Menschheit besiedelte inzwischen Elysium. Also das bedeutet, einige Planeten wurden terraformt. Da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Die Tevarina hatten noch keine Terraforming-Technologie. Wir haben das aber getan, bis dann im Jahr 2603 die Tevarina zurückkehrten und zwar mit Rachegelüsten. Dort gab es einen neuen Anführer, der nannte sich Carith Tall. Und dieser Anführer hatte einen einzigen Sinn und Zweck in seinem Leben und zwar die Rückeroberung des Elysium-Systems. Er brannte eine kriegerische Furche durch das Universum, durch die bekannte Galaxie, um sich weiter auf Elysium vorzubereiten und darauf vorzurücken. Centauri war ein ganz bekannter Ort, ein Nachbarsystem, wo eine große Schlacht stattfand, in der dann die Squadron 42 es geschafft hat, in ihrem ersten großen Sieg die Tevarina zurückzuschlagen. Allerdings muss man dazu sagen, dass sieben Jahre Krieg dafür notwendig waren und dass einige der Tevarina es geschafft haben, durchzubrechen, inklusive ihrem Anführer. Die haben es also geschafft, nach Elysium zu kommen. Nicht übrigens nach Null, wie sich Herr Weisbaum hier gerade verklickt hat, sondern sind eben von Centauri nach Elysium gereist und haben dort in einem allerletzten Gefecht, wenn man so möchte, es war eigentlich gar kein Gefecht, sie sind einfach auf ihren Heimatplaneten losgeflogen, haben die Schilde ausgeschaltet und sind dann in der Atmosphäre verglüht. Also das ist in einem sehr berühmten Gemälde dargestellt, erzählt Will Weisbaum hier. Das nennt sich Tears of Fire, also Tränen des Feuers. Man kann sich also vorstellen, wie die Schiffe mit ausgeschalteten Schilden in die Atmosphäre eindrangen und verglüht sind, sozusagen, um zumindest auf ihrem Heimatplaneten den Tod zu finden, wenn sie es auch nicht geschafft haben, die Menschheit zu besiegen. Aber der Krieg war ein sehr, sehr anstrengender, der war ein sehr ressourcenverbrauchender Krieg. Das heißt, sieben Jahre war die Menschheit jetzt im Krieg und musste sich nun erstmal erheulen von den Folgen im Krieg gegen die Terevarina. Schauen wir uns also jetzt das Planetensystem genauer an. Es hat, wie gesagt, vier Jump Points, was das System sehr interessant als tatsächliches Netzwerk-Hub von Jump Points macht. Einer davon geht nach Idris, einer geht nach Vanguard, einer geht nach Centauri und einer geht nach Leer. Vanguard ist selbstverständlich deshalb schon mal schwieriger zu befliegen, weil es eben ein Vendul-System ist. Das heißt, das macht die Reise dort sehr gefährlich. Centauri ist tatsächlich der wichtigste Jump Point, denn im Centauri-System sitzt die Firma Misk. Sehr, sehr viel Handel wird darüber abgehandelt und dementsprechend auch hochfrequentiert dieser Jump Point. Leer ist ein Outsider-System, ein Outlaw-System, was sich tatsächlich nicht innerhalb der echten UEI-Kontrolle befindet und was Reisen dorthin auch zu einem besonderen Erlebnis macht. Und ja, Idris ist, wie gesagt, das System, wo der große Kampf stattgefunden hat im ersten Terevarina-Krieg. Und das versucht sich immer noch davon zu erholen, dieses System. Ja, und von dort aus gehen wir dann zum Zentralstern. Das ist bei Elysium ein F-Type Main Sequence Star, der etwa die eine bis 1,4-fache Masse unserer Sonne hat, also das heißt etwas größer ist als unsere Sonne im Sol-System. Er hat deshalb eine etwas geringere Lebensspanne. Das ist allerdings in galaxisweite Zeit gerechnet etwa mit zwei bis vier Milliarden Jahren immer noch natürlich sehr, sehr lange. Aber dementsprechend sendet er eben auch eine entsprechend heiße Strahlung aus. Und das ist insbesondere interessant für den ersten Planeten, der sich dort in seinem direkten Umgebung befindet. Und hier handelt es sich eben um Elysium I. Elysium I ist ein sogenannter Heißer Jupiter. Das bedeutet tatsächlich in astronomischen Terminen, hier heißt das, er ist ein migrierender Gasgigant, der sich tatsächlich von den äußeren Breiten des Systems nach vorne gearbeitet hat, dabei immer mehr Masse aufgenommen hat und dann irgendwann sehr nah an der Sonne, also am Stern des Systems hängen geblieben ist. Und es ist dementsprechend ein sehr heißer Gasgigant. Also das heißt, die Atmosphärengase sind extrem aufgeheizt und dementsprechend empfiehlt also Wilbur Eisbaum hier an der Stelle dort nicht mit dem Mining zu beginnen, auch wenn es reizvoll sein mag. Aber es ist wie gesagt ein sehr, sehr heißer Ort und im Grunde nicht möglich, dort in der Nähe zu bleiben. Elysium II sind wir jetzt, das ist ja ein kernloser, lebloser Planet, sozusagen ein Fels im All. Kernlos bedeutet hier an der Stelle nicht, dass der Planet gar keinen Kern besitzt, aber er besitzt halt keinen magnetischen Kern, was dazu führt, dass sich auch keine Atmosphäre bilden kann und dementsprechend ist er für maximal das Mining interessant, aber noch nicht sehr erschlossen. Was man allerdings sagen kann, ist, dass er übersät ist von großen Kratern und so sehr viele Forscher daran interessiert sind, ein bisschen mehr über die Historie des Systems zu lernen, zumindest in astronomischer Hinsicht und herauszufinden, was diesen Planeten einmal getroffen hat, denn es muss ein sehr, sehr großer Meteoriteneinschlag gewesen sein. Von Elysium II gehen wir dann weiter nach Vosca oder auch Elysium III. Das ist ein Wüstenplanet und dieser ist von den Tivarinern ursprünglich wenig beachtet worden. Die hatten wie gesagt keine Terraforming-Technologie und dementsprechend hatten sie auch nicht die Möglichkeit mit Vosca viel anzufangen. Als die UEI oder damals das UNI einrückte, dann haben sie mit dem Terraforming direkt begonnen. Und heutzutage ist der Planet grundsätzlich bewohnbar, allerdings immer noch kein sehr freundlicher Ort. Es gibt sehr, sehr wenig Wasser. Maximal an den Polkappen wird Wasser versucht tatsächlich abzubauen oder zu sammeln, wenn man so möchte, einzuschmelzen. Aber die Polkappen sind sehr, sehr klein und über den Planetensystem, über den Planeten selbst verteilt, sind eben auch viele Wasserauffangstationen. Aber ein Großteil muss tatsächlich importiert werden, damit die Bevölkerung, die wenigen Leute, die dort auf dem Planeten wirklich leben, auch mit Wasser versorgt sind. Es gibt eine Alkologie, die nennt sich Resus und dies ist von der Riari Incorporation, die tatsächlich dort ein bisschen Mining betreibt auf dem Planeten, Voskar. Und man kann sagen, der Planet ist immerhin im Senat vertreten. Das bedeutet, er hat eine Repräsentanz, auch wenn nur sehr, sehr wenig Leute tatsächlich darauf leben. Schließlich kommen wir zum interessantesten Planeten, nämlich Jalen oder auch Elysium 4. Das ist die ehemalige Heimatwelt der Tevarina. Und wie gesagt, bei den Tevarinern wurde sie einst Kaeleth genannt und ist der am besten bewohnbarste Planet, auch ohne Terraforming eben bewohnbar im Elysium-System. Er hat eine große Landezone, die Hauptstadt Gemma heißt die. Und dort befinden sich vor allem viele touristische Attraktionen heutzutage. Der Planet lebt großteilig vom Tourismus der Tevariner Architektur, der Tevariner Tempelgebäude, die es gibt. Insbesondere der große Tempel, der sich dem Kriegsgott der ursprünglichen Tevariner, Rijorin, gewidmet hat. Dieser Tempel thront eben hoch über der Stadt. Ist tatsächlich eher auch eine Verteidigungsfestung ursprünglich gewesen, als dass sie jetzt ein religiöses Merkmal war. Das heißt, sie wurde auch ursprünglich so errichtet, dass sie es eben als Festung dienen kann, gut zu verteidigen ist. All das bevor natürlich auch Dinge wie Atmosphärenflug oder gar Weltraumflug hier entstanden sind. Es ist also heutzutage ein sehr beliebtes Touristenziel, sich dort die Ursprünge der Tevariner Rasse anzugucken. Der Planet hat heute auch noch eine sehr starke Tevariner Bevölkerungszahl. Das heißt, hier wohnen die meisten Tevariner konzentriert auf einem Ort innerhalb des gesamten UII. Und dementsprechend ist es auch sehr politisch sehr interessant, der Planet. Gerade in letzter Zeit schreibt er wieder ein wenig Geschichte. Und zwar steht dort jetzt eine Wahl an und zwar zum ersten Tevariner Senator. Interessanterweise ist es so, dass laut der Lore von Star Citizen diese Wahl jetzt bereits erfolgt ist. Ich arbeite das für euch nochmal kurz auf. Also ein Tevariner namens Soy Kossi, dieser stellt sich dort zur Wahl zum ersten Tevariner Senator. Er ist aus dem Militär ursprünglich. Das bedeutet, er hat sich seine Citizenship über den Dienst im UII-Militär verdient. Ist dementsprechend auch pro-Militär eingestellt und die Tevariner Bevölkerung erhofft sich natürlich dadurch eine bessere Repräsentanz. Der hat zwei Gegenspieler und zwar Seiki Marigold, ein Konservativer, der allerdings eher auf die wirtschaftlichen Dinge bedacht ist und versucht eben weniger Militärausgaben trotz des Vendul-Krieges und dafür die Wirtschaft im Elysium-System mehr aufzubauen. Und Gabrielle Garcian, das ist eine sehr erfahrene Politikerin, die lange im Gouverneursamt gearbeitet hat, also mit dem Gouverneur zusammen und die dementsprechend zwar von vielen argwöhnisch betrachtet wird, weil sie eben Vollblutpolitikerin ist, aber auch das wird ihr sehr gut zugute gehalten. Zum Zeitpunkt dieser Episode jetzt, wenn ich sie aufnehme, ist diese Wahl schon passiert und Soy Kossi hat es tatsächlich geschafft, der erste Tevariner Senator zu werden. Das ist jetzt also das Neueste. Das bedeutet Jalen und damit das Elysium-System haben jetzt einen Tevariner, der sie im Senat vertritt. Das ist schon eine sehr, sehr große Sache. Schließlich haben sehr, sehr viele noch die Geschichte der Kriege, der ersten beiden Tevariner-Kriege oder der beiden Tevariner-Kriege im Kopf und hoffen sich jetzt davon, dass es vielleicht einen besseren Zusammenschluss zwischen den Menschen und den Tevarinern dadurch geben kann. Den Abschluss bildet dann Elysium-5. Diesen Planet ist ziemlich weit draußen, also um genau zu sein 12,6 AU entfernt vom Zentralstein, also wirklich tatsächlich ein ganzes Stück weiter draußen im System. Will Weisbaum verliebt nicht viele Worte über diesen Planeten. Es ist ein Zwergplanet ohne Atmosphäre, der nicht weiter interessant zu sein scheint. In diesem Sinne, das war's für unser Voice-Over vom Elysium-System. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Abonniert unseren Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was Star Citizen angeht. Liked oder disliked die Episode, schreibt uns natürlich viele Kommentare. Und wenn ihr uns selbst als YouTube-Creator unterstützen wollt für Star Citizen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See you on the Flight Deck. Sawyer out.